ja hallo nun sind wir jetzt wieder hier an diesem punkt angekommen im kapitel drei aber immer noch ersten akt was auch immer es ist es ist sauer und was es sein wird vielleicht erfahren wir das jetzt schon mal ich hoffe mal und beim letzten part oder was richtig schwierig dieses malrad zu zerstören da sind wir auch ein bisschen auch ein paar mal daran gescheitert um ehrlich zu sein und auch bei dem fiesen fettsack da bei dem boss aber jetzt gucken wir mal weiter wie es weitergeht ich bin am leben ich wusste nicht dass meine arschbacken knochen haben die brechen können wir müssen klettern das ding hängt nur noch an einem arsch das brückenkabel sieht aus als wäre stabil genug das werden wir gleich wissen das überleben konnten irgendeine gute und freundliche gottheit will wohl dass wir hier rauskommen töte einen mini boss das haben wir geschafft so kommen wir jetzt hier endlich mal was neues ich glaube schon ihr habt nehmen wir das und nehmen wir gleich das das maximum auch noch muss ich nur gucken wir das einsetzen verschießt das haben wir schon durchgelesen ähm richte deine schüsse präzise aus um ihre gegner mit einem einzigen feuer schuss feuerstoß auszuschalten ähm und wie setze ich das ein geladene schüsse ja gucken wir mal wie wir das hinkriegen äh c dann linke mausteste überladen aha das ist dann dieser vernichtungsstoß die trocken aus glücken in der wehr von pech ah guckt euch die waffe an na das testen war doch dann gleich mal aus aber erstmal schöne mit dem kabel sind wir runtergekommen aber eine schöne gegend wo ist das oh ekeler lab oh ekeler lab jö ... schlag mich nicht guck wir haben hier eine neue waffe Was ist das? Ach, der Rhythmus! Tja, gleich nicht mehr. Der Hubschrauber von diesem Penner ist bestehend! Ach, jetzt mal eine ganz kurze Nummer. Scheiße. Gehen wir dir? Ach, das ist der da unten! Ach, das ist der da unten! Ich mag deinen Optimismus! So, als gibt es... Sieh an, wie riesig das Ding ist! Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern! Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden! So! So! Kannst du es zu verhindern, dass dieser Logitech-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt vor meinen eigenen Verstand zu behalten! Hey! Versuch's mit Witzen und Sarkasmus! AIs kommen damit nicht klar! Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben! Ah, wie eklig! Oh, was ist denn hier passiert? Menschenskelette! Tja, ich glaube, ihr hatte etwas Hunger! Hm. Wer oder was war das? Das werden wir doch gleich herausfinden! Oh! Was ist das? Oh, fuck! Ach du Scheiße! Ist das groß! Und das sind nur die Babys, ne? Was ist das? Boah! Wie eklig! Oh! Oh! Ich meine Eltern! das sind die kinder davon hier geht es nicht weiter da ist es mir dass du das warst entkommen aus der höhle scheiße fällt sie weg genommen oh mein Gott ich hab mal das komm 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 Ein einfacher Reparatur. Aber bitte, bitte, komm, komm, komm. Halt dich fest. Oh, wir haben es noch geschafft. Das ist echt ein unglaublicher Angelsatz, der Hund. Da gibt es bestimmt ein paar fette Brocken. Das wirst du gleich rausfinden. Wir sind zu schwer. Wer wollte spielen? Aua, der ganze Bergstotzei. Ach, ihr heilige Scheiße. Oh, wir sind im zweiten Akt angekommen. Kapitel 1. Eine Might in Bedrängnis. Ist schon okay. Das ist raus. Mir geht's gut. Das glaube ich nicht. Wer weiß schon, was das Wasser mit deinen Nähten oder dem Androiden... Mir geht's gut. Alles klar. Schalt mal einen Gang runter. In Ordnung. Gehen wir. Wir nähern uns im Signal. Die Final Echo Soldatin ist in der Nähe. Erreiche die Stadt und finde Trishka. Finde die Kapsel. Oh, ich bleib erst mal hier. Ich baue erst mal die auf. Upgrade der geladenen Schusskapazität um 3. Gut. Ja, mehr können wir jetzt eh nicht machen. Gut. Das haben wir jetzt erreicht. Ui, da haben wir noch viel. Rutsche in einen Gegner und erschieße ihn dann in der Luft. Okay. Wollen wir mal versuchen. Wow. Das nenne ich mal eine Stadt. Großer Gott. Dieser Ort ist riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Vielleicht haben sie das gar nicht. Rave, setz die Pantschein. Bam. Haha. Also ich muss ja mal sagen, oh, diese Peitsche ist schon sehr geil. Äh, was wolltest du uns jetzt damit zeigen? So, dann schmeißen wir mal den, treten wir mal hier runter. Ha, hasta la vista, Baby. Junge, Junge. Ich wette, hier gibt's irgendwo eine Bar. Ich könnte jetzt was trinken und... Wenn du eine Flasche auch nur ansiehst, werde ich dich kalt machen. Oh, ist das eine der zwölf Schritte? Hören Sie sich noch einen Trink? Schieben Sie sich auf Ihre schwere Klinge an. Oh, ist das eine der zwölf Schritte? Jetzt, ach so. Ah, da hinten, geil. Zieh erst mal die Grübel mal hier ab. Kampfjäger, sowieso. Erländere Säulen! Aha. Der eine Typ da mit seinem... ...komischen Scheiß da. So, dann geh ich mal gehen. Na, kommt über. So, dann kommen wir ja jetzt. Der weicht immer aus. Oh, so. Dann gucken wir mal. Ja, das haben wir schon mal... Die erste Waffe haben wir schon mal vollkommen ausgebaut. Das ist doch schön. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann mache ich erst mal einen Cut. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss, tschüss.